Schuss Moin Leute und Herzlich Willkommen zurück zu Mr. Fresh spielt. Wir spielen heute Angry Birds für den PC-Man Jo, gleich mal loslegen und fangen mit Stufe 1 an Wuhuhu hatte ich schon mal ein Android-Games und ja den Anfang müssen wir uns ja deswegen nicht nur mal angucken Komm Bam 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 Yeah So läuft das bei uns So wird es mal laufen nächstes Level Äh Nö Ups Ähm Mane Was machen wir grad falsch So, du fliegst wieder ein Stück tiefer Bam Zwar haufenweise Vögel verballert, aber das ist es wert Es wird hier so Spontan Oh, ein Stern Das machen wir noch mal Bum 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 Fall runter, fall runter, fall runter, fall runter, runter Und wir haben es geschafft, 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 geschafft Drei Sterne Nö Oh Und Wuuhush Alter Alter. Nochmal bitte. Mach ja so gerne. Komm. Jetzt. Geht doch. Wollen wir alles nicht wissen. Selbst auf dem... Selbst hier gibt es immer noch diese scheiß Werbung. Ach, komm schon. Willst du mich etwa dumm ficken? Geht doch. Na, roll schneller, wenn du weißt, dass du dir langsam geworden bist. Ein verfickten Vogel nur noch. Will ich aber nicht. So. Und so. Ne, ne Willst du mich, ihr alt war Und nochmal Ich will aber nicht ein Cripp als, äh Äh, Friends Sieht ja jeder, wie schlecht ich bin Jetzt mal ohne Scheiß Pam Hast du davon Yeah, da sind nochmal 20 drauf So gehört sich das, 3 Sterne Oh Ich mach irgendwas grad falsch Das ist jetzt nicht euer Ernst Das ist jetzt nicht euer Ernst So, wir haben ja noch gewisse Items immer Dann nutzen wir mal Ihn hier Bam Ey, das gibt's nicht Da machen wir halt den hier Ups So Enttäusch mich nicht Oh Lack Jetzt haben wir zwei Items genutzt Aber Was bleibt noch anderes aus? Machen wir mal den hier wieder Sag mal Komm, komm, komm Roll, 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 roll So macht man das Boah, ey Mann hat das jetzt einen langen Äh, wie nennt man das Dings hinter sich Schön für die Sterne Oh, ich mit so'n bulligen Meer hinkrieg Okay Okay Da, 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 da Da, 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 da Bleck mich Hat sie mir aber nen Rest gegeben Clear Schön 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 Und Sum, sum, pum, pum, pum Und Jupp, jupp Pum, pum So macht man das 1, 2, 3 So gehört sich das jemisch Nichts wie andere Nee Und Roll da andersrum, roll da andersrum Wie tun wir jetzt Viertfelder machen Oh Ja Nein Nein Hick mich doch Wumm Okay Stück zu hoch Ja So macht man's Wenn man's drauf hat Göttlich Ob ich das nochmal so hinkrieg Auf jeden Fall Guck mal Guck mal Gucken wir bald was schaffen Ich will halt so viel schaffen hier also So So macht man das Sieht man ja Ganz schnell einfach Ach Mö Ich soll's anders machen 2.2 Und Sie Stau sie Interessiert mich nicht Jetzt muss ich da oben treffen One shot Besser geht's nicht Geh mich ganz ehrlich zu Wie viel gibt's 80.000 Immerhin Moin So jetzt muss ich nur noch den Drittes Dreck wieder in der Mitte treffen Also langsam reicht's Provokanten Scheiß Schweine Machen wir noch 5 Minuten würde ich behaupten Ja ich hab extra einen Timer weil Ja ich möchte ja nicht so Und ich möchte ja nicht cutten Und ich glaub gebe ich hier ganz ehrlich zu Naja kenne ich ja mittlerweile Euer ernst Oh So kann man natürlich auch Punkte absahnen Oder so Kann man sich immer aussuchen Was denn grad so gefällt Aber schnell weiter hier Och man Viel zu weit oben Jetzt reicht's Jetzt werden sie fett gemacht So Jetzt gibt's doch ihn hinterher Nein Nein Hat nicht geklappt So Jetzt müssen wir aber mal langsam wirklich Okay Okay Ups Komm bitte bitte diesmal aber Ach Fick durch Dafür dass am Anfang mal so gut geklappt hat Klappt's nochmal Glaub ich weniger Glaub ich weniger Was ist der davon Provozier mich einfach nicht du Hure Ich schreiber mich einfach nicht du Hure Huuum Hmm Hmm Huuum huh Hoops So so Ich hab noch zwei Noch einen, den tun wir ein Stück höher ansetzen Runter, runter Lack Das ist fies Dann müssen wir, glaube ich, erst mit ihm hier Was kaputt zu machen geht Kommt er So, einmal Zweimal Und jetzt der letzte müsste es reißen Hm Fantastisch So, jetzt haben wir erstmal die grobe Oberschicht weg Einmal So, jetzt müssen wir im selben Winkel Ihn weghauen Weiter, will ich nicht wissen Das ist jetzt lustig, das Level Pack Maaann Nochmal Das ging nicht Das geht einfach nicht Und jetzt nehmen wir einen fetten Jetzt reicht's aber Das gibt's ja nicht Hallo Mann Alle Vögel verballert Für so'n Scheiß Eigentlich müsste, glaube ich, die Kugel runterfallen An dieser Stelle Verabschiede ich mich Und wir sehen uns natürlich Wie immer Im nächsten Mr. Flush spielt wieder Bis dann Tschüss Leute Haut rein Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis zum nächsten Mal.